Warte mal, wollen die jetzt zu unserer Insel? Okay, wollen immer noch nicht. Die Japaner sagen 30 Minuten statt heilig, schon auf japanisch, okay. Hm? Wir haben den Arsch und Zwirn. Ich glaube, ich bin schon mal. Ich glaube, ich bin schon mal. Ich bin schon mal in der Zeit, die ich jetzt zu sehen. Ich muss mich nicht mehr von den Eidern oder von den Lannien zurückkehren. Ich bin schon mal in der Zeit, dass sie nicht mehr von ihnen sind. Was ich? Was ist das, was ich? Wenn wir hierher kommen, dann können wir ihn finden. Nein, ich weiß, dass ich das nicht verstanden habe. Wenn wir drei Leute kommen, dann ist es das Wunderschön. Was ist das, Kasega? Das ist das Wunderschön-Haus? Ei-chan war immer dort, und wir haben uns mit Hanna-Wa-San gesehen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit einem anderen Weg von mir verletzten. Ich habe mich mit einem anderen Weg gehalten. Ich habe es verstanden. Ich habe es gut. Ich werde es zurück. Ich werde es noch nicht mehr sehen, aber ich werde es noch nicht sehen. Ja. Soll ich mal so ein bisschen am rummotzen, ne? Jetzt weiß ich, wie es geschrieben wird, habe es noch nie in meinem Leben geschrieben gelesen, wurde man nur gesagt, ja, same. Und dann high five. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Du schaust dir was? Waffe ich mich? Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Du bist ein wirklicher Team. Du hast es immer wieder zusammengelegt. Du hast es nicht so. Du hast nur den ersten Mal gemacht. Du hast es nicht so. Oh, dadshot Ticket. Wo muss ich überhaupt hin? Am anderen Ende der Map einfach. Holy fuck. Hm. Ausrüstung? Nee, Gegenständer. Hm, ich hab anscheinend nichts. Was uns hilft? Der Lege Jeans. ist doch voll von michael was michael gut ist doch voll der michael ich kann ich lesen heute ist wieder ganz schlimm michael jackson sehr gute liebe Was? Nein, ich habe keine Zeit, die möchte ich jetzt hören. Ich kann wieder nicht schreiben heute, also wie immer. Was? Oh, ist er hier? Oh, wo? Mann! Billy G is not my life! Sag ja bitte, halt die Beine! Schrecklich! Ich habe ein Uovo nicht, ich habe schon. Was? 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 Finden Sie noch auf ein paar Vereine Brüder im da? Was Sie von der BORN-O-DORI auch hier werden? Sie kommen hier nach burada hin, aber im spider-Zark. Sie werden eher die 방er Tränen als ihre BORN-DORI-DORI-DORI. Sie werden zwar die BORN-DORI-DORI-DORI? Sie werden auch mit diesen BORN-DORI? Sie werden uns erst mal hier im da. Herrn Sindolf, in der Wirkig�stèmes in Höhe an den Haupt, wo ich möchte! Es ist von der BORN-DORI-DORI-DORI-DORI-DORI! Sie sind am besten willen. Man sieht die geniella aus. Ja, da werden wir nicht mehr reinkommen, ne? Ja, da werden wir nicht mehr reinkommen, ne? Ja, das alles. Das ist nicht so, Kassuga. Ich habe mich nicht mehr so, wie es das Beste zu verletzen. Ich habe nur noch nicht mehr, aber ich habe auch keine Leute, die ich nicht mehr so aufgewachsen ist. Das ist so, dass ich mich nicht mehr so aufpassen, dass ich mich nicht mehr so aufgewachsen bin. Ich habe mich nicht mehr so aufgewachsen, dass ich mich nicht mehr so aufgewachsen ist. Du? Das war's für heute. Was ist das? Ich habe mich überlegt, was ich an dieser Stelle zu tun. Ich habe mich überlegt, dass ich mich überlegt, was ich? Ich möchte mich überlegen. Ich möchte mich überlegen. Das ist eine gute Idee? Ich habe mich überlegt, dass ich das Hotel-Hotel hatte. Ich bin ja auch schon. Ich bin nicht mehr so schlecht. Und wieder zurück lassen. Und wieder zurück. Das ist hässlich. Todesdealer. So muss das Kai. Das hast du ihn gejoinkt und wie sie es verdient haben. Lass mich jetzt aber auch nicht hier durch, ne? Kann ich was kaufen? Habt ihr was cooles? Ja, schon coole Sachen. Aber das ist ganz schön teuer. Übertreibt doch mit den Preisen nicht so. Oh. Ich meine, ist das schon stolz? Ja. Jetzt hab ich irgendwas gekauft was ich nie kaufen wollte. Hallo. fuh, ja passiert Okay, setz dich an! Ich habe meine Hauaien sehr gerne, aber ich würde mich auch gerne essen! Ich verstehe, du verstehst du nicht? Ich will das Wasser und das Eiweiß. 500 mal will ich ehrlich gesagt nicht mehr rief ich glaube da wird mir schlecht werden ich meine probieren ja aber ich glaube das werde ich nicht so feiern kann man kombinis kaufen können dann ja hotel verkostet ja tolle idee so stelle ich mir den ausflug denn vor ich trinke rohe eier sollte kein problem sind mochi steigました do do moと moとこのへようをキリュウさんに用意したのもあんたらだったんだな a そういうことです前もってキリュウさんの病状を聞いてはいましたが Von ganz oben auf zimmer mit allen Dingen sind. Boah, Vassel. Der Beahle, der Beahle ist für dich, weil du Schleuch der Beahle zu den Boden aufstehen. Der Beahle ist für dich, was der Beahle. Das ist die Beahle, also von der Beahle zu finden, so wie die Beahle sind. Ja, der Textos ist es uns. Das ist ein Problem. Aber wenn ich die 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 Was? Es gibt die Böden die Böden zu verhindern. Der hat die Böden, die die Böden zu verhindern. Parakana hat das mit dem Ebinasen mit dem Ebinasen geöffnet. Ebinasen? Mit dem Ebinasen? Das ist ein Thema, was. Das heißt, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es ist ein bisschen wie ein Schraubchen. Was ist das Schraubchen? Ich weiß nicht. Ich habe mich gefragt, dass die Schraubchen der Schraubchen nicht mehr zurückgekehrt. Das ist das, was ich nicht zu wissen, dass ich nicht zu wissen, dass ich nicht zu wissen, dass ich nicht zu wissen, ob ich es nicht zu wissen. Das ist das, was ich nicht zu wissen. Ja, Uranbomben. Ja, Uranbomben. Ja, Uranbomben. Ja, Uranbomben. Ja, 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 danke dann, Dick. Kommst du mal so ein Name? Baby. Ich weiß ja auch nicht, ja. Das ist eine große Herausforderung. Der Grund ist, dass die Menschen in der Fahrt stattfindet. Das ist eine große Herausforderung? Ja. Aber es hat mir gesagt, dass die Jäkza auf dem Jäkza verabschiedet wurde. Im Grunde genommen haben sie die Arrakawa-Arakawa-Arakawa-Arakawa-Arakawa-Arakawa-Arakawa-Arakawa-Arakawa-Arakawa-Arakawa. Das heißt, die Oh! Hm, sie haben seinen Ruf zerstört. Aber ich weiß, dass sie das Ruf zerstört ist, wenn sie das Ruf zerstört. Aber das Problem ist es, dass sie eine Kumpel-Kammer hiervastet sind. Aber Sawa-Siro-Joh ist das ein Problem. Wenn ihr hier nicht so, können sie nicht so machen. Ich könnte sogar einstellen. Aber ... Wenn ihr das wirklich, wenn ihr sagt, dass sie mit mir zusammenhören, wird es nicht so. Ich habe mich nicht mehr als Mafia oder Yakuza. Ich habe mich nicht mehr als Foto gemacht. Ich habe mich nicht mehr als Foto gemacht. Und dann, was ich mit dem Thema, was ich mit dem A.G.A.? Ich bin ein paar Mitglieder, die ich mit einem neuen Team verabschiede. Ich bin ein NPO-Bridge-Japan. Die kennen wir aus dem Feuerringteil noch. Das war's für mich. Ja, die müssen halt erklären, Dirk, das ist immer sehr viel, sehr viele Fragen. Die dann mal endlich geklärt werden. Ja, das ist auch schwierig, Dirk. Es wurde sehr schlecht getroffen, geschossen. Aber sie gibt uns Infos. Wir sind in der Lockdown. Was seid die Fragen? Er geht noch mal zurück. Und jetzt laufen die ganz gemütlich. Das auf dem Foto ist der Club Guilty. Das Problem ist nur, der liegt in der Nähe von District 5, also im Revier der Barracudas. Dann müssen wir einfach vorsichtig sein, oder Kasuga? Ich sag's ungern, aber möglicherweise versucht Shytose wieder uns reinzulegen. Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Oha, null vertraut in ihr jetzt. Was soll denn das? District 5. Ich muss jetzt wieder komplett in die andere Richtung. Ja. Na dann. Ich hab erst Guilty Crown wieder fertig geschaut. Das war ein Zufall. Ich musste auch an dem Anime grad denken. Muss ich mir den einfach nochmal geben, als ich den auf Platte schmiss. Find den gut. Da, 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 da. Da. Ich kenne mir den Guilty. Da. Ich kenne mir den Guilty. Da. Da. Der. Das ist ja. Da wird es ja nicht. Das ist der erste, die Club Guilty. Club Guilty? Oh, sieht aber in der Kina rum. Er sagt doch, wir stehen vorm Team, äh, vorm Team, vor der Tür. Ich hab jetzt das Team da gelesen und, na. Warum sagt er nicht, dass sie vor der Tür sind? Wir sind gleich da. Ich glaube, wir sind im Team. Ja, aber wir sind... Tommy, seid doof. Aber guck mal, er ist losgerannt. Ja, ich kann's ja nicht mehr übel nehmen. Sie wurde halt erpresst. Ich weiß zwar nicht mit was, aber das muss ja ziemlich übel gewesen sein. Hey, it's Kasuga. What the hell are you doing here? I don't understand you. The balls on this guy. The balls on this guy. Punching bag? Liverbeck mag ich. Liverbeck war. Was denn? Was soll das? Alles klar. Es hat eine Wendung genommen. Leid im Amelette auch lange nicht mehr gehört. Ja, ich auch nicht. Habt ihr solchen Laden dort, wo in Berlin gibt es bestimmt, aber ich war kein drin. Gibt es locker, aber... Das ist jetzt nicht so meine Mitte. Wir gehen, ah ja. Ich bin krank.